Das ist aber sehr motiviert. Bitte, bitte. Ah. Ah, klar, Tiki. Alles klar. Er ist der CW, ne? Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das vielleicht ein etwas anderer CW ist, als den, den man sonst sieht. Denn bei diesem CW wird tatsächlich der komplette CW hochgeladen. Egal, ob wir gewonnen oder verloren haben, was passiert ist. Weil ich wollte das so machen, der erste CW, egal was ist, wird komplett hochgeladen. Ähm, ja, das bedeutet, egal ob wir verlieren, direkt gewinnen, EDC, wird einfach direkt hochgeladen. Und ja, ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir direkt einen starken Gegner haben. Weil wenn wir jetzt wirklich so einen Low-Clan haben, dann könnten wir auch nicht direkt testen, wie wir so als Team agieren. Ähm, deswegen ist hier, äh, das ist eigentlich sehr gut, dass wir da erstmal einen stärkeren Gegner haben. Weil ich finde, Akatsuki ist schon einer der, ich sag mal, oberen Liga. Geht zur Reparatur, Brink. Das kann man sagen. Ja, wir spielen erstens EW, jetzt in Akatsuki. Hier sieht er gleich aus. Ein Stück höher sind wir. Also, und ich zieh nicht rein, ne? Ich zieh einfach geradeaus. Ja. Eigentlich zieht man weg, wenn sie 2 in ziehen, aber egal. Ja, bitte. Unter dir, weiter. Ah, du bist so schlecht! Versuch noch was zu sein, versuch noch was zu sein, nein. Versuch noch was zu sein, nein. Nein! Schön, schön, schön. Ah, okay, reißen, bin nur. Es ist ein Knockback, Digo. Ja, egal, egal, du hast ihn nur ausweichen, ist mir gut. Ja, wäre an, oder? Das ist geil, wo ist Top 10. Äh, ja. Ja, 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 ich glaube, jetzt gibt es einen Wein-Labe. Ja, ja, ich glaube, jetzt gibt es einen Wein-Labe. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du lebst immer noch? Äh, Ian. Ja, Mann. Komm doch, geh doch mit drauf, einer denkt da. Ja, Junge, was? Du lebst, du lebst, du lebst, du lebst. Junge, die kommen nicht an! Laufen, laufen ist die neue Schichter. Laufen, da ganz oben. Checkt er es denn mal? Lass es oben hinmachen. Lass es oben hinmachen, oder? Laufen, beide Schichten ist laufen. Ja, weil alles ist laufen. Das andere da drüber ist auch laufen. Lass dir jemand live stehen? Ja, ja, die beiden stehen noch. Laufen, hab der abgeflossen, Alter. Lass rauf, Laufen. Nein, der hat nicht im, hat Emage lief. Ich glaube, die Mimper auch lag. Fleef, Emage. Zweef, doch einfach. Ja, ja, ja. Die Toren, Zweef, warten, bis ihr fullset und auf frech warten. Ja, ich bin full, ich bin full. Ja, ich bin full. Ich bin full. Baut mal die Leitern ab, wenn du siehst Achtung mal unter euch, kommen zwei Leute Ohne Spaß, Achtung, die wirken hier Ohne Klo Noch einer, baut da, baut da ein Blatt Kommt noch einer, ich hab noch acht Herzen Jetzt brauche ich den, jetzt brauche ich den Jetzt brauche ich den, jetzt brauche ich den Auf vier Herzen Und baut da die Leitern ab Hast du Stick, hast du Stick, wir können rauf Ja, hab ich Ich bin down, ich bin down gleich Ah, fuck Hätte ich Eisenpiker, hätte ich das Blatt vielleicht mal Ja Sehr 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 Ich bin down, ich bin weg Nein zu Niveau Zwei Ende Ich hätte es geschafft, wenn wir streamen so ein Letzter nicht mehr geschafft, das überlebt Was ist diese 2x4 Fläche, äh 3x2 Fläche da? Warte Diese 3x2 Fläche 27 Block, was ist das? 27 Block, was ist das? Warte, warte, ich sag's dir 27 Blöcke Das sind... Ach komm schnell 27 Block Warte Laufen Jetzt timet ein Member aus Akatsuki, was natürlich die Diskussion auswirft, ob man jetzt fair macht oder so einer liebt Aber ich find's einfach halt, naja nicht so gut, dass man andere Leute lieben und ihren Spielspaß dadurch weg haben, weil ein anderer timet Ich mein, wenn einer timet, müssen nicht andere dafür bestraft werden Und ich bin mal ganz ehrlich, wenn wir timen würden, dann würde ich auch nicht fair schreiben, sondern es einfach so hinnehmen Ich hab' mal den Chat-Bahn Ich hab' einen Chat-Bahn Ich hab' einen Chat-Bahn Ich seh' schon, dass sie das alles wieder auf diese Schmecke braucht Ja Die Bonche ist frei Ja die, ähm... Na komm, aber da muss man sich auch nicht betrachten, ich glaub' es gibt keinen Clan, der sowas überhaupt macht Weil es dann der einzige Clan ist und wenn die dann spielen, dann geht's dann nicht Vielleicht ein besseres Fight-Bahn Dem ist Clan halt Das macht keinen... Nein, aber es macht echt fast keinen Clan, no joke Ja, es macht wirklich... Ich hab' noch nie einen gesehen, der es bei fair gemacht hat Vielleicht irgendwie einmal so'n Clan, der dann... Ich frag' mal, ob die es gemacht hätten Hättet ihr auch nicht geschehen? Ja warte Hättet ihr auch nicht Hättet ihr auch nicht geschehen? Wir haben hier oben Hättet ihr auch nicht geschehen? Wir müssen unten ja wieder schütteln, die sind geschehen, ey Äh... Ihr... Jaaa... Wir sehen dich grad nicht, ne? Team's legit Glaubt er selber nicht Ey, wie guckt sie das überhaupt, dass ich unten geschehen oder gar nicht so? Äh... Lauf gleich... Lauf gleich einmal durch Lauf gleich durch Oder checken die es jetzt, ich weiß nicht Ne, ich glaub nicht Der eine geht hin und der andere in der Base Checken das nicht, die checken das nicht Renn, renne, renne, renne Lauf durch, lauf durch Lauf durch Ach, die werden die so oft hermachen? Nein, oh mein Gott Schade, schade, schade War gut Was? Ja, 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 ja Haben wir uns, haben wir euch mit kleiner Schlingel Mit kleiner Schlingel? Ja, also mit seiner 20er Range Mit seiner 20er Range Halt mal machen sie auf Und das ist aber jetzt so gut Oder das war damals Nein, das ist einfach Nein, das ist einfach Lems, mach jetzt nur zwei Schaden, bitte Lems, lass die einfach schreiben Lass die mal sich schreiben Aber er kennt's nicht Wenn die meisten Leute da wohnen Hast du Schafe? Hast du Schafe? Leute, lasst doch mal zu zweit in die Base, was die ganze Idee wäre, also so einig dabei ist Ja klar, gut, etwas weiter Habt die Schafe Dennis? Hm? Hast du Schafe? Ja, sieben Stück Aber ich würd jetzt lieber lassen das Warp laufen und die Einzelplacen Lassen das Warp da oben reinlaufen Äh, sorry, ich wäre jetzt am 10. Warp da oben reinlaufen Lauf ins Warp, nein, lauf ins Warp, was da steht Lauf ins Warp hier unten, was da steht Lauf rein, lauf rein, lauf rein Lauf rein, ja Lauf rein, ja, laufen, laufen Hochschule 1, 2, 1 Maschallah, Bruder, dieser Bauch ist sehr weg Dieser Bauch Aber da wäre nur einer Base gewesen, deshalb wäre ich gerne runter Pass auf, helf mir mal, helf mir mal, da kommt einer Geh auf ihn, geh auf ihn Resch Warte Äh Noch nicht gefährlich Was? Wenn das Beef ist, eh ihr würdet mir gerne Guck Wenn die raus, wenn die raus... Achtung, dann ist die Akkampto Ja, raus, wenn unser Bauch nicht trifft Dann lebt er halt noch Ja, gut Ja, macht mehr Trifft die ganze Zeit schlau Na super Ja, super Rät ausreden, Mann Achso, noch ein Schaaf Ja, laufen wir Bitte trifft ihn Jetzt geht raus, geht raus, ja Oh, die laufen sich nicht weg, das Witz Komm, 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 komm Jetzt stomp die, stomp die doch Ja, einer down, und der andere... Ah Oh, die Schaafkaterin rettet Wenn die Schaafkaterin rettet Und der Warnet So, die springen gleich erst Doch, doch Die erste Schicht ist fast Ja, und zwei Schaafkaterin sind fast Warte ab, warte ab Warte ab, warte ab Warte ab, warte ab Erstmal, Nojo, guck doch, Specs Wenn jetzt ein TNT runtergedroht wird, das Bett wäre free Ja Komm schon Schaaf, Alter, enttäusch dich Halt doch das zu machen Schaaf, wiegt's, wer macht das nicht? Was macht das? Schafe Sachen macht man Es ist nur einer beim Bett Ja, und es ist volle Krypto, und daneben Pass auf, kommen gleich gleiche, bei dir Nee, die schwitzen ins Bett oder so ein Warte, dass ich nochmal ein ungetimtes Pass auf, Mimpa ist da mit Mimpa ist da mit Mimpa ist da mit Hey, hey, hey No, no joke Das tut mir gleich Das ist legitim Nicht Das ist einfach schwarz Wie viel Durability hat dein Bohr noch? Ähm, mein Bohr hat noch 200, 80 Wie viel? 287 Ey, yo, Alter, auch noch richtig sparsam ist der Typ hier Der Immo ist ja fast geilen Spam, weil die unten hatten wir gebraucht Und die haben es ausgegeben Seppelt Willow Ja, zwei Fällt dir nur ein bisschen ab, wenn die Schuppen nicht gebraucht Lass auch, der Bohr Äh, wer müsste ich zu dir runter, oder? Ja, aber soll's runterkommen, weil er kommt Ja, warte, 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 warte Okay Ah shit, bin down Jetzt komm Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moving with emotion Following the light that sets me free Sets me free Let's play Lottie hit man Der Hink! Ja lass die drauf! Rauf! Rauf! 1! Oh! Jetzt riech gar gegen mich! Komm! Loll! Wir haben mich hier, halbes Herz! Ich habe ein halbes Herz! Ich bin down! Nein! Ich bin zu spitzel! Ich bin zu spitzel! Ich hatte schon mal einen halben Satten! Ach dann, wenn müsste der Boat sein! Ja macht 3 Healpods schonmal! Dann haben wir... Ich habe schon mal 3 Healpods! Ja wartet dann! Wartet Base! Wartet Base! Noch einmal mit... No one second! Ich brauche 1 Eisen! Ja! Nimm! 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 So jetzt hat auch jeder noch... Ich warte mal auf den Storm! Rache komm zurück! Wir machen jetzt! Ah! Rache komm zurück! Wir machen jetzt! Ah! 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 Wir machen gleich! ja wenn sie es dann doch nicht er sie haben wenn man das ist jetzt alle stärken und ihr könnt nicht pushen und ihr trinkt alle oben von Stärke, aber dann wird der Bateset sich auch Stärke machen. Ja und, Alter, ein mit Stärke gegen drei mit Stärke. Bauer du mal weiter, ich habe noch einen Stackblock, ich will den nicht verschwinden. Alter, ich hab Angst, Jungs, ich hab Angst. Ey, unten, unten, pass auf, geh hoch, geh hoch! Oder wie sch... Spam den noch, bitte! Junge, es ist nicht deine Ernst! Alter! Boah, Dennis, danke. Hey, weiß ich nicht, er hat getroffen. Achso. Wollen wir den jetzt stompen? Ja, nicht Järg kriegen, lass einfach stoppen! Stomp, stomp! Drei, zwei, eins... Ooooooh! Geht runter! Lass in das Web hier laufen, in das Web laufen, in das Web laufen! Laufen geht aufs Web rauf. Ja. Ja, pfff! Wärst du jetzt gestorben, ne? Ey, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Ey, mach doch schnell Stärke, die haben Kist aufgemacht! Jungs, komm! Geht runter, geht schon runter, trinkt Stärke! Trinkt Stärke, trinkt, trinkt! Ja, die sind alle, ey! Mach schnell, mach schnell! Mach schnell! Mach schnell, mach schnell! Mach schnell! Lass unten rauf! Geht auf Minpaar schnell! Ich schnell runter, runter, runter! Lass runter, runter! Runt der, schnell! Runt der, schnell, schnell! Ja, er trinkt, er trinkt, beide trinkt. Einer hat, nur einer hat! Geht rauf! Wollen wir rauf? Minpaar, Minpaar, Minpaar! Rechter Villager, stomp! Lass auf den, lass auf den, lass auf den, 3, 2, 1, lass rauf, rauf, lass rein rein rein, komm rein. Ich bin ein paar Downs, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ja, wer misst hat, aber. Hier! Ja, Mann. Ähm, 43, Elo. Können wir jetzt auch noch kleiner spielen? Boah. Ja, ich bin mal. Ja, ich bin mal. Ja, ich bin mal. Alles klar, wie viel Spack hinger einfach. Ja. Ja, Akatsuki. Erster ZW, Akatsuki, erster ZW gewonnen, Mann. Ja, richtig nice, Mann.